Ladies and Gentlemen, jetzt kommt pronto presto eine ganze romantische Kansion. Hey! Protomy boy, hmmm, hmmm, is that the Jelanooga, choo-choo-choo-choo? Right on track 29. But if you don't find, boy, you can give me a shot. Give me a very good shot. Diana, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, and if you know her, show her to me. Crazy people, crazy people, crazy people like me go crazier with people like you. Goofy people, daffy people, daffy people like me go crazier with things you do. Das ist doch! Die Leute! Klaas Müller! Got you ready? Ais ran wir uns für Feliz auf, die Welt hat. Da gibt es viel gäbe zu sehen. Deliciousste Jordanry Raven, ja, wir arbeiten日本 ja STARTED. people wir das w PHP und in Obrig��� shirt z pada das Ganze. Und wir arbeiten, wie wir das. Die Leute die Leuterandge functionen. Ok, wir arbeiten oder die Leute an. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar Each language only helps me tell you how great you are I've tried to explain, by me it means to shame I wanna be loved by you, just you And nobody else but you I wanna be loved by you, alone Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht einen Ort auf M hier in Amerika? Si, claro! Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen! Hier ist Radiant Radio Upstate New York mit der Morning Show, präsentiert von Nighty Gales Warenhaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie, 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 Sie klaro klaro Ja!